Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Keine Angst, wegen diesen paar Herbstblättern müssen Sie unsere Sendung noch nicht verlassen. Wir müssen schauen, ob Ihre Fensterwahl zu sind. Die Herbststimmung haben wir extra für die, die meinen, dass man Fondue und Raclette erst dann machen darf, wenn die Blätter oder der erste Schnee fällt. Also ich könnte so ein herzhaftes Raclette bei jedem Wetter geniessen, so gut ist es. Es ist auch simpel zum Zubereiten in diesem Satrap Raclette-Ofen. Aber auch wenn Sie keinen haben, wie wäre es, wenn Sie einfach würden, ein feuerfestes Zähnchen oder einen Teller, je nach Bedarf, in heissen Ofen hineinschieben. Zu einer echten Raclette gehören natürlich die rechten Zutaten, wie zum Beispiel die Gornichon oder die Silberzpiebeli von Midi oder die feinen Raclette-Hertöpfel, die Sie alle bei Coop bekommen. Aromatischer und cremiger Käse ist genau das Richtige für das Raclette. Im Coop gibt es einen geschnitten oder für die, die sich gerne ein rechter Stück abschneiden wollen, auch am Stück. Fondue, unsere andere Käse-Nationalspiesse, man weiss ja, Fondue ist gut und gibt eine gute Laune. Ob es nun das fixfertige Lioba-Fondue oder das Gerber-Fondue ist oder die frische Spezialmischung von Coop. Kreieren Sie Ihr eigenes Fondue, je nach Stimmung und Laune, mit dem grossen Angebot, das wir im Coop-Laden für Sie gefunden haben. Es gibt ja so viele Arten, ein Fondue zu machen, zum Beispiel nach Neuenburger Art, nach Ostschweizer Art, Innerschweizer Art oder wie wäre es dann mal mit dem beliebten und bewährten Moutier-Moutier. Das entsprechende Rezept, das finden Sie jetzt in dem Prospekt, das Ihrem Coop-Laden aufliegt. Dass der erste Eindruck sehr oft entscheidend sein kann, wissen erfolgreiche Männer schon lange. Sie verlassen sich darum auf erfolgreiche Produkte, die Sie bei Coop zu interessanten Preisen bekommen. Für die perfekte Nassrasur zum Beispiel der GILETTE 2 Rasierschrum mit Hautbalsam. Er ist speziell geeignet für die GILETTE G2 Doppelklingen oder für die KONTUR Doppelklingen mit Gelenkkopf. Sanft und einfach ist das Rasieren mit PIC für normale und für harte Bärten. Denim, die erfolgreiche Pflegelinie, gibt es als Afterchef, als Cologne, als Theo und als Dusch und Shampoo. Ein Erlebnis ist auch die prickelnde Frische von Aqua Velva Ice Blue mit dem stimulierenden Duft. Zu einer pflegten Erscheinung gehört auch pflegtes Haar. Das FS-Haarwasserkonzentrat aus Brennnesseln und Kräutern sorgt für gesunde Kopfhaut und für pflegtes Haar. Und wie wir jetzt schon so viel über die pflegten Männer gebraucht haben, ausgleichenderweise doch auch noch ein Hinweis für Sie, meine Damen. BELDAM hat wieder die interessantesten Trends von den führenden internationalen Kosmetikhersteller übernommen und hält ein grosses Angebot an aufregender Modefarbe für Sie bereit. Auch attraktive Neuheiten sind wieder dabei. Die Wangenrusche-Palette in Creme und Puder, das Leidschatten-Trio Nummer 3. Oder das Miniset Lippenstift und Nagellack. Ein bequemer Schlafanzug dreht viel zu einem gesunden Schlaf bei. Bequeme und trotzdem sehr modische Schlafanzüge für Damen, Herren und für die ganze Familie offeriert Ihnen Coop jetzt zu günstigsten Preisen. Und wie Sie Schweizer Nationalgericht noch anders zubereiten können, erfahren Sie jetzt im Coop-Rezept dieser Woche. Sie haben sicher alle ein Geheimrezept für Fondue. Wie wäre es aber jetzt zum Beispiel mal mit dem Avaliser Tomatenfondue? Tomaten kurz in die Kochung Wasser geben, kalt abschrecken und würfeln. Im heissen Anken Siebeln und Knoblauch dünsten, die Tomaten dünsten, kurz mitdünsten und mit Weisswein ablöschen. Dann geht es genau weiter wie bei jedem Fondue. Geriebenen Greyerzer und Ämedaler dazu geben und unter ständigem Rühren lassen aufkochen. Sie vergessen nicht, zum Schluss Maizena und Kirchstrahl zu tun. Dann würzen mit ein bisschen Pfeffer und Muskelnuss und je nach Lust ein bisschen Majoran oder Oregano. Das Rezept für das Walliser Tomatenfondue steht in der Coop-Zeitung von dieser Woche und morgen der ganze Tag im Teletext Seite 270. Einen guten. Das wäre es gewesen aus dem Coop-Mittwoch-Studium. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Wie immer zeigen wir Ihnen jetzt noch die Aktionsangebote, die Sie ab morgen Morgen bei Coop günstig einkaufen können. Zum Anfangen ein Coop-Fotoservice-Angebot. Wenn Sie jetzt Ihren Farbfilm zu Coop zum Verarbeiten bringen, gibt es jede Erstkopie im Standardformat für nur 50 Rappen. Als aktueller Preisschlager gibt es jetzt bei Coop Herreflanellhemli aus 100% Baumwolle in verschiedenen Farben und Dessens zu nur 13,90. Bis am nächsten Dienstag gibt es bei Coop ausländischen Bienenhonig Flora Miel 500g statt 2,95 nur 2,45 und ausländischen Blütenhonig 500g statt 3,25 nur 2,75. Geräuchert den Magerspeck per 100g nur 99 Rappen. Und nur morgen, übermorgen und am Samstag ein Aprikosencake statt 4,20 für nur 3,50. Uwe Italia Trauben per Kilo nur 1,60 und 4 Kilo nur 6 Franken. Alle Sonderangebote gibt es natürlich auch im neuen Coop-Center in Thusis, wo morgen Morgen eröffnet wird. Auf Wiedersehen!